hallo hier ist das team vom supportnet und heute zeige ich euch ein neues video bearbeitungsprogramm von free studio dvd videosoft dazu gehen wir einfach in die kategorie dvd und video und wählen jetzt einfach den aus den free video flip and rotate so das programm sieht wie folgt aus und hier können wir jetzt einfach eine datei auswählen unserer wahl wir nehmen jetzt ein supportnet video und dieses wird jetzt hier angezeigt ein ab jetzt wollen wir nicht jetzt wird uns hier links die originale angezeigt und rechts die datei die dann umgewandelt bzw bearbeitet wurde gut jetzt haben wir jedes vorschau links und hier noch mal rechts wie es danach aussieht so jetzt können wir einmal durch spielen ganz nett wir sehen dass hier alles passiert und kennen jetzt einfach sagen dreh wir sehen hier das original video und hier wie es danach aussieht so einmal schön durch gedreht und das war es auch schon ist nicht viel aber gerade wenn ihr vielleicht spiegelverkehrte videos machen wollt ist das optimal kleines programm keine besondere funktion aber zum rumprobieren wunderbar also dann viel spaß beim ausprobieren